Hey ihr leidenschaftlichen Zombie Zerwemsa, willkommen zurück zu Days Gone. Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten mal wieder und natürlich auch fürs Liken, Kommentieren und so weiter. Ja, wir sind wieder an Sarahs Gedenkstein, weil ich glaube, irgendwas war hier noch mit einer Mission. Zumindest war die wieder aktiv. Wir trafen auf ein paar Ripper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse aus. Ich habe so eine, wie heißt das, mobile medizinische Einheit aufgebrochen und ihm sterile Verbände besorgt. Und ich hoffe, dass es reicht, weißt du. Aber Usa, naja, er sagt, alles ist gut, aber ich, ich, ich glaube das nicht. Die Wunde sieht echt scheiße aus. Weißt du, das Ding ist, es war meine Schuld. Ich habe sein Leben riskiert für ein Ersatzteil, ein Teil für ein Bike. Es war nicht mal wichtig. Copeland, der Penner, hat das Bike ohnehin zerlegt. Ich habe ein Jahr an dem Bike gebastelt. Das hätte dir gefallen. Es ist nicht so schön wie das, auf dem du fahren gelernt hast, aber für mich war es okay. Weißt du noch dieser Tank, den du für mich lackiert hast? Tja, das war das letzte Teil von meinem alten Bike und jetzt ist er auch weg. Sobald es wieder läuft, also mein Bike meine ich, und es Usa besser geht, fahren wir nach Norden, in Neustadt. Und hier sind all diese Erinnerungen, zu viele Erinnerungen. Ich glaube, ich will sagen, dass ich, dass ich vielleicht nicht mehr komme, weißt du. Er hängt dann echt an ihr. Ich war schuld. Nee, war er nicht. Ich muss meine Vergangenheit bewältigen. Hey, das war noch eine Aufgabe, eine aktive. Ja, und ansonsten? Gibt es erstmal nichts mehr zu tun, oder? Nach Norden? Wo geht es denn noch? In den Süden geht es noch hier ein ganzes Stück. Ah, ich bin gespannt, was da noch passiert. Warte mal, hier sieht man es ja. Campjob, 1 von 6. Nero-Kontrollpunkt, 2 von 3. Infizierung habe ich alle gelöst. Hinterhalt-Camp, 1 von 3. Horde, 1 von 8. Achte, scheiße. Nero-Informationen, 4 von 12. Hinweistafeln, ja. Sammelobjekte und Tourismus-Sammelobjekte habe ich alle. Also Charakter-Sammelobjekt und Kräuterkunde, 4 von 6. Und hier, Campjob, 2 von 8. Nero-Kontrollpunkt, 1 von 2. Hinterhalt-Camp, 1 von 3. Horde, 0 von 7. Ja, das wird lustig. Und so weiter und so fort. Ja, cool. Gibt es da ein bisschen was zu tun, Kinder. Auch die Hinweistafeln, die könnte ich mir eigentlich direkt holen. Aber ich habe jetzt nicht so Bock dazu. Also ist es egal, wann ich die, wann ich die Leute anquatsche. Ich kann mir immer Missionen holen. Habe ich das die ganze Zeit so ein bisschen außer Acht gelassen vielleicht. Dann gehen wir mal zurück. Ah, ich finde es schön, dass er noch so Gespräche führt mit Sarah, obwohl sie ja gerade nicht da ist. Ups. Wo geht es denn eigentlich da hin? Heile. Okay, ich finde es übrigens, ihr habt recht, ihr habt mal geschrieben. Das Red Dead Redemption ist ja in der Hinsicht besser. Also ist sowieso in vielen Belangen besser. Aber alleine schon, dass man sein Pferd beipfeifen kann, wenn das mit dem Bike ginge. Also so ein Kid-Bike, so. Die können, ich verbitte mir diese Ausdrucksweise. Halt die Fresse, Kid. So. So, nicht anders wird es aussehen, Leute. Ich sag euch das. Eben, als ich hier hochgelatscht bin, war noch so ein, ja, guck mal, so ein verwirrter Typ hier. Der macht aber nichts. Der rennt nur hin und her. Der ist, der ist harmlos. So einen anderen Kumpels hier wurden ja abgemetzelt vorhin von den Zombies. Im letzten Part. Ja, ich finde das lustig, ja. Ah, Menschen, die von Zombies zerrissen werden. In fiktiven Spielen und in fiktiven Szenarien. Das ist sehr witzig. Doch, doch. Na gut, ich glaube, ich bin jetzt hier gerade falsch. Ah, kann ich da drüber? Ne. Da kann ich durch. Aha. Alles klaro. Wir fahren mal zurück. Ich weiß gar nicht, ich würde eigentlich gerne jetzt mal bei Deacons Camp noch ein paar Missionen machen. Ah, Deacon sag ich bei Copeland. Ja, ist ja alles unser Camp. Wir sind ja der große Barbo hier. Hab doch noch nicht gewusst, ne? Ja, jetzt schon. Deacon ist der große Barbo. Du wisst ja, wie ich es mit Namen habe, ne? Stopp. Oh nein, mein Bike. Oh nein. Es tut mir leid, Prinzessin. Ich habe sie Prinzessin getauft. Muss ja immer eine Frau sein. Da sind wir bei Knarren. Das sind auch mal Frauen. So. Reicht das vom Sprit? Das reicht sogar. Aber, wir fahren erst nochmal an den Kontrollpunkt hier. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen Sprit. Wo ist das Sprit? Da ist kein Sprit drin. Moment. Sie ist weg? Allein? Naja, sie hat sich eins der Bikes genommen und sagte, sie findet Alleinzeug zurück. Sie wollte meine Hilfe nicht. Ach, scheiße, Deac. Du hättest sie herbringen müssen. Wieso, Tuck? Wieso? Stimmt was nicht? Gibt es einen Grund, warum sie nicht zurückkommen sollte? Nein, natürlich nicht. Es ist nur... Wie viele Drifter waren da gerade? Und es gibt doch so viele mehr. Ein Mädchen wie Rose. Hat doch keine Ahnung, was da draußen lauert. Ich weiß nicht, Tuck. Vielleicht doch. Ist schon ein Ende. Na bitte. Wird nie langweilig. Gutes Timing. Ja, es war echt fast leer wieder. Ja, krass. Es hat echt... Deac, bist du da? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut. Falls du rumkommen willst. Uso, danke. Ja, ja. Ich komme rum, sobald ich kann. Liegen Ende. Hoppala. Danke, Bro. Ich will eigentlich hier aufsteigen und dann gleich losfahren. Ähm... 28 Minuten. Ja, komm, wir fahren. Wir machen schnell Reise. Ich weiß ja nicht. Mach jetzt endlich das Tor auf. Hey, mach auf. Ist okay. Ist okay. Ist guter Junge. Äh, weißt du. Ist ja kein Wunder. Ich bin immer noch nicht mit dir zufrieden. Ich liebe diesen Spruch. Äh... Ja, also... Weißt du. Man kann Rose verstehen, oder? Wenn Tucker hier so eine harte Linie fährt. Ist vielleicht nicht unbedingt geil in dem Camp. Äh... Da kann ich nichts abgeben. Alles verkaufen. Mehr habe ich nicht. Joa, reicht doch, ne? Hey. Wie läuft's? Na, nicht so gut anscheinend. Okay. Okay. Was geht's? Okay. Ich mache was für Copeland hier. Hey, Corp. Kein Job verfügbar? Was denn? Warum das denn? Oh. Hey. Wo kriege ich denn jetzt... Wo kriege ich denn jetzt neue Aufgaben hier? Sag mal. Hey, Manny. Ist ja gar nicht. Weißt du, ich fahre die ganze Zeit in der Gegend rum. Kriege jetzt keine neuen Jobs mehr. Also, so weit kommt es ja noch, ne? Keine aktiven Story-Missionen. Ich muss gleich mal meine Missionen durchgucken. Ja. Wieder ein bisschen Holz. Ah, das ist das einzig Gute hier. Man hat endlich wieder Holz am Lager. Man muss sonst die ganze Pampa absuchen. Und jetzt habe ich wieder... Die beiden Pflanzen hier stehen auch jedes Mal da, oder? Deak, Gott sei Dank. Du musst ihn sofort verfolgen. Er entkommt uns sonst. Wen verfolgen, Tuck? Ganz ruhig. Na, Roach. Roach. Du kennst ihn. Ein Kumpel von Leon und Averis. Aber ich habe ihm vertraut. Oh Gott, verdammt, Tuck. Das war ein Fehler. Ja, er ist mit den restlichen Pillen Richtung Norden. Meine Jungs haben ihn bei Marion Fawkes verloren. Oh, gut. Okay, ich versuche ihn aufzuspüren. Okay. Die Lappen. Da müssen wir gleich schon wieder los. Sorry, Boos. Ich muss gleich wieder weg. Immer das Gleiche, weißt du? Immer das Gleiche. Das Sprit. Ja, warum bröckelt das jetzt wohl so langsam, hä? Mach dir mal deinen Kopf da drüber, bitte, Tucker. Überleg mal einen Moment, warum die Leute nicht mehr in deinem Camp bleiben wollen. Könnte vielleicht was damit zu tun haben, dass es ein Arbeitslager ist und keiner Bock auf ein Arbeitslager hat. Ja. So, muss man wieder ein bisschen Sprit holen, wie immer. Ups. Muss ja eigentlich noch so ein Stern, als... Hier. Dieses Symbol, was macht... Das ist ein Generator, oder? Das ist Symbol für den Generator. Dieses Rädchen auf dem Mini... Auf der Minimap. Seht ihr das? Ich fange schon an zu reden, wie Deacon. Ähm, also... Äh, ja... Ein, äh, äh... So ein, äh, äh, Rädchen, äh... Boos. Ach, ich weiß ja auch nicht. Gutes Timing. So redet er. Ich finde das aber lustig, irgendwie. Ja, Sarah, weißt du, ich sollte, äh, ja, Boos meint, ja, äh, Mann, ich weiß ja auch nicht, äh, ich soll nicht mehr so oft herkommen, sagt er, weil, äh... Oh, schönes Wetter zum Bike fahren, nachts und regnerisch, hm. So, ich werde mal die Mission vielleicht aktivieren, dass ich auch genau sehe, wo ich hin muss. Alles, danke. Ja, weh, weh, durch Wasser fahren ist kacke. Äh, 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 äh... Alles klar. Ich schätze, ich komme später wieder und reich halt dann die anderen Nester aus. Habe ich schon alle. Ist doch kein Unsinn. Das ist es. Was ist es? Kannst die Herde einfach das Zeug fallen lassen? Hat er wohl. Nee. Das ist leer. Jetzt habe ich dich. Ja, ich habe ihn entdeckt. Es sah aus, als, äh, als würde er auf jemanden warten. Deak, lass ihn nicht entkommen. Ich will ihn lebend. Äh, was zu... Scheiße, zack, er lebend? Er hat mehr geklaut als gedacht. Jaja, Waffenpräzision. Äh, ja. Wacht, ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. Ach, scheiße. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Ach, komm schon, Roach. Wo willst du hin, ha? Ich bin immer noch hinter dir, du Arschloch. Okay, dann eben auf die harte Tour. Lass ihn nicht entkommen, Nick. Oh, hinter mir. Hey, Mann. Ey. Ey. Roach, halt an, ich will nur reden. Ja? Deswegen schickt er gar nicht. Wo willst du hin? Ja, Gottverdammt, wenn ich dich töten wollte, dann wärst du schon tot. Am Arsch. Ich weiß, was du mit Leon und Everest gemacht hast. Gar nichts mit Everest. Auf das Bike schießen, auf das Bike schießen, die. Hey, der Bike ist gar nicht kaputt. Kumpel. Wo willst du hin? Du entkommst mir nicht. Der nächste Penner. Warte doch mal. Boah, die sind aber auch viel zu schnell. Oh, ich hab dich, du Arschloch. Hä? Ist gar nicht so leicht. Hey, Roach. Wie läuft's denn, Kumpel? Siehst du? Ich sag ja, ich bring dich nicht um. Deak, nein. Ich, ich hab nichts gemacht. Ja, Taka sieht das anders. Ich schätze, als Leon und Everest mit den Pillen abgehauen sind, haben sie dir nicht abgegeben, ha? Dick, nein. Nein, nein, nein. Sag mir, was du dir dabei gedacht hast. Ich will's verstehen, okay? Du hast den Rest eingesteckt, als die Alte gerade nicht geguckt hat? Dick, ich hab nichts dabei, okay? Durchsuch mich. Nein, das ist nicht mein Job. Das überlass ich Al-Kai. Ja. Hopfgeldjäger. Hey, Taka. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf. Al-Kai soll Leute schicken. Ich weiß, dass wir dir und gemacht das, okay, Dick? Ich, ich, bitte, Mann. Komm schon, bitte. Lebt er noch? Hatte er die Pillen? Ja, noch lebt er. Aber wenn das so bleiben soll, dann sollte Al-Kai seinen Arsch hochkriegen. St. John Ende. Gruß, Mann. Hörst du mich? Ja, Dick. Verrückte Frage. Hast du schon mal was von deinem, äh, Donner-Ei gehört? Wozu denn das? Die Kleine, die ich mitgebracht hab. Aber ich will sie ein bisschen aufheitern. Und sie hatte früher so'n Ding. Mann, keine Ahnung. Der Geschenkeladen beim Bellenabkrater? Vielleicht Marion Fawkes? Ja, okay. Danke. Wie wär's, du fragst ihn mal, ob er weiß, wo es Geioden gibt. Und nicht Donner-Eier? Ach, Dick. Also ganz ehrlich, jeder weiß doch, was ein Geioden ist, Leute. Ihr wisst das auch, oder? Bitte sagt nicht, dass ihr nicht wisst, was ein Geioden ist. Und das habt ihr schon mal gesehen und wisst, dass es kein Donner-Ei ist. Das machen wir eigentlich, wenn wir jetzt unterwegs mal einen Platten bekommen. Dann ist auch vorbei, oder? Na gut, dann schau' ich halt mal, ob ich was für sie finde. Oh, hi. Hallo. Mach dich solche Geräusche. Oh, das war schon durch die Schlotze hier. Geil. Alles klar. Ich war hier noch gar nicht. Also die Karte ist noch nicht aufgedeckt an dem Punkt. Ja. Schön, dass du mir zustimmst. Du müsstest auch vom Bike aus irgendwie mit der Keule zuhauen können. Das wäre ganz cool. Oh. Oh yeah. Aber fehlt mir überhaupt Munition. Fehlt, glaube ich, nicht mal Muni, aber mir fehlt Schrott. Äh, sieht nicht so aus. Doch, mir fehlt ein bisschen Schrott. Nicht Schrott, sondern Schrott. Gut. Ach, Kina, gib mich auf den Keks jetzt. Komm. Schreib mal nicht so viel rum. Das ist nicht gut für den Hals. Oh, 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 oh. Also, was ist los hier? Ein Happening. Das ist der Ort, der für die Freaker zu sein. Oh, hier gibt es wieder. Und ich habe Wölfe. Ah. Die Dinger sind echt unangenehm. Man könnte manchmal meinen, die reden, oder? Die Freaker. Wollen wir lieber ein bisschen. Oh. Schenkelladen. Hier muss es doch sowas geben. Schenkelladen habe ich verstanden. Oh. Hi. Hey, Kuppe. Mach ich mal so jetzt. Du bist alleine. Süß und saftig. Ich brauche kein Publikum beim Dioden suchen, ja. Da war da eben noch mehr. Na ja. Na ja. Ach komm. Weißt du, wenn es eine Infektion ist, dieses, dieses Zombie-Ding, ja. Da hätte ich ganz schön Angst, wenn ich so viel Blut von den Viechern an einem Arm hätte. Dass ich mich da jetzt gerade infiziert hätte. Was steht da? Gather and tremble. Sammeln und beben. Tremble ist doch das Beben, das Donnern. Oh mein Gott, da sind wieder überall Freaker drin, ja. Wo bin ich denn da rein? Oh mein Gott, da ist doch ein Geode. Guck mal. Rockshop. Ein Donnerei. Oh mein Gott, ist das die Herde? Das ist ne Horde. Willst du sie? Oh, es ist immer so gruselig, die ganzen Viecher. Oh Mann, fahr ich da jetzt genau? Ja, da vorne sitzt sie gerade. Alter. Soll ich es mal versuchen? Ich meine, irgendwann muss ich die Viecher ja mal ausschalten, ne? So, ich probiere es mal mit dem Pfeilen hier. Ach komm, kein getroffen. Jetzt. Oh shit. Oh shit. Oh, das wirkt. Bam. Habe ich noch sowas? A Dr. Bombe. Okay. Oh, guck mal. Ja. Verdammt, nochmal. Oh, ich habe eine Lava-Bogenhorde besiegt. Geil. Hortenkiller. War eigentlich nicht so. Oh, guck mal, wie viele das sind. Oh Leute, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man braucht nur so eine Attraktor-Bombe. Oder beziehungsweise so ein, zwei Attraktoren und dann ist das gut. Die könnten jetzt alle einfach mal so schön abfackeln, weißt du? Ich meine, das ist jetzt voll die Verschwendung wahrscheinlich, aber... Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt sinnvoll wäre, die zu verbrennen, habe ich das getan. Mal ganz ehrlich, man fährt nicht so viel Zeug. Auch wenn ich manchmal so Dusstrecken habe, es gibt immer wieder gut Zeug, was man... Oha. Das ist eine Sprungchance. Sprungschanze. Krass. Wahrscheinlich gibt es auch noch so geheime Sprünge hier, die man entdecken kann. Ich mag das Spiel so gerne. Es ist echt cool gemacht, aber es gibt so viel, was man immer dazulernen kann. Oh, ein Wölfchen. Oh, Wölfchen. Das war bestimmt nicht der Einzige. Anscheinend doch. Na. Hui. Ich muss bei dem Namen St. John immer an den Sprecher von Duke Nukem denken. Da ist ja John St. John. Komischer Name, oder? Wer nennt sein Kind so? St. John. Oder John St. John. Das ist ja auch Willi, Willi Bald, oder Willi Bald Willi. Scheuert. So. Sag jetzt bitte nicht, dass ihr Willi Bald Willi heißt. Da will ich den Glauben an die Menschheit. Lieber Merlin, Merlin Jerome, irgendwas. Der Merlin Kevin. Oh. Sorry, ich muss aber irgendwann so ein bisschen anhalten, mir ein bisschen Munition holen, ne? Die Frage ist halt nur, wird das wieder aufgefüllt nach ner Zeit? Mhm. Aber gerade bei Autos in der näheren Umgebung, wo ich schon mal war, da war es leider nicht der Fall. Hi. Hi. Hier, man braucht meine Hände. Oh. Bitte. Gott. Hilf mir. Hu. 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 Au. Hu. 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 Hab, hab. Alles gut, Kuppel. Ich werd dich da rausholen. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wohin? Wohin? Ich gehe! Ein Arbeitslager. Oh, Copelands Camp gibt 500 und 100 Credits. Ich schick ihn zu Copeland. Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Oh mein Gott! Vielen Dank! Mann! Ich dachte, ich geh hier drinnen drauf. Sag ihnen, es war St. John. Deacon. Die kennen mich. Nicht anhalten! Bleib in Deckung! Und lauf am besten jetzt die ganzen 50 Kilometer bis da runter. Ich mein, von hier bis hier ist schon ein ganzes Stück zu Fuß. So. Ja, da bin ich ja schon mal lang gefahren. Das war kein schönes Stück hier zum Fahren. Genau deswegen, weil es immer so hoch runter geht die ganze Zeit. Ich roll mal ein Stückchen. Oder? Ja. Gab's hier nicht auch noch ne Horde? Ja, oder? Aber ohne diese Bomben will ich da ehrlich gesagt nichts versuchen jetzt. Wahrscheinlich war das so ne kleine Horde. Gibt ja noch, also aus der Demo, diese Gameplay-Demo, weil ich da mal gesehen habe. Da gab es richtig riesige Ansammlungen von Zombies. Das ist lustig. Also nicht zum Lachen, sondern mehr so, haha. Okay. Wow. So. Ist das wieder so ein dreckiger Sniper? Wo ist er denn? Na? Spring doch. Vielleicht hier unten? Ah! Ja. Oh, guck mal ein Steinhaufen. Ja Kumpel, ich helf dir doch. Das wird schon wieder. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Ja. Zeig's mir. Wo? Die Stimmen von denen. Guck mal, ich krieg echt viel mehr Ruf, wenn ich sie zu Copeland schicke. Danke. Warum reden die alle so leise? Das war Deacon, St. John. Deacon. Halt den Kopf unten und lauf! Er ist schneller gelaufen, als man denken kann. Das ist der neue Usain Bolt. Der Endside Usain Bolt. Ist das Kräuter? Nee. Okay. Ja, ach. Jetzt wäre ich egal, wo die hingehen, aber hier ist die Beute größer. Das lohnt sich halt mehr, wenn ich sie zu Copeland schicke. Vor allem wegen dem Ruf und wegen dem neuen Bike, was ich dann vielleicht hoffentlich bald, also nicht das Bike, sondern die Teile. Weil die Munition finde ich dann doch teilweise schon sehr knapp. Beim Essen jetzt beim Maschinengewehr geht's sogar. Oder beim Sturmgewehr. Vielleicht dann nochmal, komm wir fahren dann nochmal hin. Die Fragezeichen sagen ja immer, da ist irgendwas. Auch wenn ich es jetzt nicht mehr sehe. Oh. Wollen wir das noch platt machen? Ja wo denn? Ach da. Nee, komm. Das machen wir nächstes Mal. Ich hab da was für dich. Ja, geben wir erstmal den Donnerstein bei ihr ab. Armes Kind. Erstmal verliert sie Eltern, beide Elternteile. Und dann muss er erstmal schön arbeiten den Rest ihres Lebens. Oder den Rest von Takkas Leben, je nachdem wie das hier läuft im Camp. Kann mir das zumindest nicht vorstellen, dass da nicht irgendwann mal jemand rebelliert gegen. Solange halt die Stärkeren am Hebel sitzen, ist immer alles cool, ne? So. Ey, lass mich rein. Ey. Lass ihn rein. Ey. Lass mich rein jetzt. Für Höflichkeit ist kein Platz. Oder anständige Ausdrucksweise. Ey. Na? Na, ist sie auch fleißig am Arbeiten oder ruht sie sich gerade aus? Da muss ich das leider melden. Ach, jetzt müssen wir schon wieder die Zeit... Ah, okay. Nachts? Haben wir da gerade Sex gehört? Ich geh weg. Hab was für dich. Wie schön. Nimmst du mich bitte mit? Zurück nach Marian Forks? Hör zu, das kann ich nicht. Es ist nicht sicher. Ich muss ins Bett. Wir müssen morgens immer sehr früh raus. Ja, ist halt, ne? Gerade wichtig, dass sie was aufbauen hier. Ich weiß, ich mach das, ich red das grad nur schön, obwohl es nicht so schön ist hier. Aber willst du machen? Ja, den Part beenden, Leute. Das mach ich jetzt nämlich. Ich danke euch sehr fürs zusehen. Ich kann Unkraut jäten. Würde mich sehr freuen über ein Like oder Kommentare. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. Ich leg mich jetzt erstmal hier pennen, obwohl das nicht mein Camp ist. Hehehe. Ja, bis dann. Today is gone, Leute. Ciao.